Die GIK-Karasek-Formel von heute lautet Versuche und Labor plus GIK-Karasek ergibt Sie sind jetzt sicher schon gespannt, wohin Sie unser heutiger Hinweis führt. Kommen Sie mit mir, ich zeige Ihnen, was wir hier drinnen machen. Was wir hier sehen, ist das hauseigene Technikum für Versuche, Forschung und Entwicklung. Wir führen in unserem Technikum hauptsächlich Versuche mit thermischen Trenntechnikprozessen durch und haben seit kurzem die Möglichkeit, CO2 in Wertstoffe umzuwandeln. Wir stellen unterschiedlichste Substanzen von Produkten her, die für weiterführende Analysen verwendet werden und unsere Kunden haben die Möglichkeit, unterschiedlichste Produkte im kleinen Maßstab zu testen. Alle Anlagen können mit unterschiedlichen Prozessparametern betrieben und dabei Betriebsdaten generiert werden. Was bringt das den Kunden? Unseren Kunden geht es hauptsächlich darum, neue Substanzen zu testen und für diese Substanzen Temperatur- und Konzentrationsbereiche auszuloten. Dies ermöglicht die Generierung von Prozessgarantien, die es wiederum ermöglichen, geplante Investitionen abzusichern, neue Prozesse zu entwickeln und Forschungsziele zu validieren. Was heißt das nun für unsere Gleichung? Unser Technikum ist Impulsgeber für Innovationen.